Hey Florian, hast du schon gehört? Der Olli ist gestern nach dem Saufen gegen das Schild gelaufen. Was? Hat der Junge keinen 80? Random Gamefacts 82? Warum tun wir das? Weil ich weiß nicht. Wo ist ich nicht? Kann ich dir nicht sagen. Das schützt auch gar nicht. Ich hört mich selbst. Halt's Maul, Olli. In Trial for Heroes geht es ja nicht nur um die Koordination untereinander, sondern auch wie man dabei aussieht. Leider haben es einige der Konzeptkostümchen nicht ins fertige Spiel geschafft. So zum Beispiel das hübsche Outfit, was dann auf Fotos besonders hübsch aussehen lässt. Oder auch des Kaisers neue Kleider. Na gut, also einen nackten Link muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Es reicht schön, dass der in Breath of the Wild die ganze Zeit in Unterhosen rumrennt. Wir haben euch ja schon mal in einem Random Gamefacts davon erzählt, dass man sich bei Nintendo dagegen entschieden hat, im neuen Super Smash Bros. Schaden an die Charaktere zu bappen. Also sichtlichen Schaden, kaputte Kleidung und so. Außer, haha, bei Little Mac. Ab 100% Schaden sieht man bei dem nämlich blaue Flecken und Pflaster im Gesicht. So wie sich das für einen anständigen Straßenboxer gehört. Mit Boxhandschuhen? Ja. Richtiger Straßenboxer. Kennt ihr Vip Ribbon? Nein. Das Rhythmusspiel für die Playstation? Nein. Ja? Nein. Na klar, gab es ja auch in Europa. Die amerikanischen Fans des Spiels dürfen sich beim CEO von Sony, Sean Layden bedanken. Hätte der nämlich nicht auf der E3 2014 ausversehenden Namen des Spiels gedroppt, dann gäbe es wohl jetzt keinen Port für die Jungs und Mädels mit dem komischen Präsidenten. Das großartige Final Fantasy 7 erlebte ja 2012 sein PC Re-Release und darin versteckt wurde eines der coolsten Easter Acts, die die Final Fantasy Serie je gesehen hat. Wenn man nämlich im Northern Cave unterwegs ist und in einem ganz bestimmten Screen ein Speicherkristall aus dem Item-Inventar aktiviert, dann wird diese Location abgespeichert als Secret Cow-Level. Ja, eine Referenz zur Diablo-Serie. Werbung für Videospiele im Sportbereich wird ja immer beliebter, ich sag nur das Superbowl-Commercials, aber das Ganze geht natürlich auch mit richtigem Football, also Fußball, so zum Beispiel als Sega mit dem FC Arsenal eine Kooperation einging. Als die allerdings gegen ein italienisches Team spielten, stand auf den Trikots nicht Sega, sondern Dreamcast, denn Segare ist im Italienischen das Wort für sägen oder absägen und sich einen absägen heißt. Bei GTA würde man so machen. Richtig einen abgesägt. Gut, das willst du von... Gott hat mir richtig einen. Das musst du dir nicht vorne aufs T-Shirt drucken. Ja, ich stehe immer vor der Slogan, jedes Mal wenn du eine Dreamcast startest. Wichsen! Ich bleib bei Final Fantasy 7, naja zumindest irgendwie, denn wenn man sich Joes Victory Pose aus Bushido Blade 2 anschaut, erkennt man, ja, das ist eindeutig die von Cloud Strife. Das Spiel ist ja auch von Square, also vom selben Entwickler, deshalb macht das durchaus Sinn. Was haben Silent Hill Homecoming und Spyro 2 Eryptos Rage gemeinsam? Keine Ahnung. Na, klingelt's? Nein. Na gut, ist aber auch nicht so einfach rauszuhören. Hört man nämlich mal ganz genau hin, fällt einem auf, dass der Song Wintery Mist aus Silent Hill Homecoming einfach nur eine langsamere Version von Winter Tundra aus Spyro 2 ist. Heutzutage ist das Internet dafür bekannt, dass immer mehr Informationen illegalerweise geleakt werden und auch die Spielebranche ist überhaupt nicht verschont davon, das mussten auch die Macher von Street Fighter 5 erfahren. Am 5. Dezember passenderweise im Jahre 2014 wurde nämlich ein Trailer-Video geleakt, das sofort wieder verschwand. Einen Tag später allerdings hat man sich von offizieller Seite entschieden, ach scheiße, des Kindes eh schon in den Brunnen gefallen, dann jetzt raus mit den Informationen und so wurden diese viel schneller veröffentlicht als eigentlich geplant. Vielleicht weil Nikolaus war. Die Macht des Internets. Nikolaus. Sankt Internets? Sankt Internets. Man kann EA ja eine Menge vorwerfen. Oh, du meinst du was wie absolute Innovationslosigkeit, übelste DLC-Rip-Offs und In-Game-Purchases, die jenseits von Gut und Böse sind? Zum Beispiel, aber Loren Lenning, der Macher des vierten Oddworld-Teils Strangers-Vergeltung, der setzt noch ein obendrauf. Der behauptet nämlich felsenfest, EA hätten ihn und das Spiel sabotiert, indem sie es gar nicht erst vermarktet haben und jetzt muss ich sagen, ich hab davon auch nicht wirklich viel mitbekommen. Ganz so Unrecht scheint er wohl nicht zu haben. Ihr werdet wahrscheinlich noch gar nichts vom Poly-Robo gehört haben. Das ist ein Roboter aus Half-Life, der allerdings vorwiegend dafür genutzt wurde, Knochengerüste und die damit in Verbindung stehenden Animationen, die zu damaliger Zeit unglaublich viele Polygone benötigt haben, zu testen. Dieser Robot allerdings hat einen kleinen Entwicklerscherz in petto. Der ist nämlich maßgeblich durch den Regalt-Battle-Pod aus dem Anime Super Dimension Fortress Macross inspiriert. Was auch ganz viele tolle Knochengerüst-Animationen hat, ist diese Endcard. Ja, weil man müsste zum Beispiel einen Daumen hoch geben, dabei die Faust ausstrecken und dann könnte das auch aussehen wie etwas aus Street Fighter. Fünf, was aus Versehen geleakt wurde. Wow, fünf Daumen hoch? Das geht mir gar nicht... Ich hab zwei, du hast zwei... Oli! 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 Einen, nur einen. Yes! Super, Dankeschön. Viel Spaß euch noch. Schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.